Oder ich zitiere weiter, auch von Lönz. Ich bin Teutone hoch 4. Wir haben genug mit Humanistik, Nationalaltruismus und Internationalismus uns kaputt gemacht. So sehr, dass ich eine ganz gehörige Portion Chauvinismus sogar für unbedingt nötig halte. Natürlich passt das den Juden nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Diese Zitate werden ja im völlig falschen Zusammenhang dargestellt. Hermann Lönz war kein Nazi. Wir sprechen uns auch noch, du kleine linke Sau. Ja! Sie haben Sandra.